Herzlich Willkommen zu einer Waffenschlage hier in Thüringen. Wir machen heute ein bisschen Holz. Hoffentlich das Regenbild aufhört. Dann milder Schnee. Wir müssen noch was tun. Ein bisschen beschäftigen, weil andere arbeiten geht es heute nicht. Die Tiere werden mir mal früh versorgt. Kühe haben wir ja nur aktuell. Und sobald das Wetter das zulässt, im Frühjahr soll ich einfach ein paar Bohlen verkaufen. Aber da ist noch ein bisschen zu warten. Das wird noch mindestens ein bisschen wachsen. Und bei dem Wetter will man durch keinen Lkw fahren. Straßen sind teilweise weiß. Lkw mit schweren Tieren hintendran. Muss ja nicht sein. Das können wir in aller Ruhe im Frühling machen. Wenn wir im Felder eh noch nichts machen können, weil der Boden noch so kalt ist. Beziehungsweise die Sorten Soja, Saunenblumen. Die brauchen eh wärmeren Bohnen. Und Gruppen und Gärreste ausfahren. Da geht er mit Crossplay ganz gut, denke ich mal. Und die Aussaat nachher geht auch mit Crossplay. Da können wir nebenbei Tiere verkaufen. Unsere Mastrinde. Die männlichen Tiere. Aktuell sind ja 150 Tiere, hatte ich mal gekauft gehabt. Und die möchte ich jetzt im Frühjahr verkaufen. Und mal schauen. Unsere Kühe sind ja jetzt bei und kriegen die ersten Kälber. Zwei waren heute früh da. Weibliche Tiere. Die weiblichen Tiere würde ich in dem Sinne nicht verkaufen wollen. Würde eher behalten. Aber wie gesagt, hat man mal sehen, dass es äh... Aber wenn wir dann kommen, sobald männliche Tiere kommen, dann würde sie gerne umstallen. Aber da muss der Stall erstmal leer sein. Okay, dann könnt ihr auch da reinbringen, ne? Da ist ja hier eh nur symbolisch gedacht. Also das ist auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, ja... Sie würden sich an umsingen, aber da ist das nur eine Stückzahl, ne? Ja, langsam wird dunkel hier, ne? Aber wir haben mal Licht, ne? Richtig schön hell. Winter. Wenn der Schnee liegt, dann ist es richtig deutlich zu sehen. Gut. Aber wie gesagt, die Fall ist aktuell voll Regen. Aber er meldet wieder Schnee und wieder Kälte. Also ein Grad Kälter geworden. Aber wenn das KI-System sagt, der Schnee taucht weg, dann geht das plötzlich durch und dann ist er weg, ne? Aber ich denke mal, so schnell kommt er nicht weg. Wir werden eher noch neuen dazukriegen heute Nacht. Und das werden wir sicherlich in der nächsten Aufnahmezession erleben, aber... Da kommt schon der Frühling, ne? Aber nachts geht's auf 30 bis 60 hoch. Da tut man sich an. Wie dunkel ist. Wenn ich Sie ihn dazu lassen würde, würde ich sogar schlafen gehen. Ab 10 Uhr, sagen wir mal so ungefähr, bis früh um 6 Uhr. Erstmal Frühstück und so, ne? Kaffee. Und dann um 8 Uhr anfangen zu arbeiten. Wo man dazu sagen muss, äh, Tiere, da kann ich, äh, so. Partieren musste schon. Also normalerweise, wenn du einen Kuchstall hast, mit, äh, so wie hier, 100 Tiere, 150. Die muss die alle melken. Auch wenn es eine Butter macht. Ja, gut. Das muss trotzdem irgendwie dabei sein, ne? Sag mal, das muss doch, äh, bereit sein, um mal reinzuschauen. Du kannst, äh, äh, 7, 8 Kilometer fährend irgendwo im Acker rum her, tanzen und dann nebenbei Kühe beobachten. Das wird, glaub ich, nicht funktionieren. Ich muss schon Leute dabei haben. Die sind beschäftigt. Auch schon aus, äh, Sicherheitsgründen, dass da einer nicht alleine im Stall noch her wird, ne? Also zwei, drei, muss schon haben. Weil, wenn mal einer krank wird, dann musst du, ja, äh, ne mehr Reserve haben. Gerade bei, bei Tieren, da kann's und ich sagen, ja, machen wir zu, geht nicht, ne? Wenn du bist größer, dann hast du mehrere Ställe. Oder wenn du mal einen Notfall, äh, Kollegen, äh, abziehen kannst. Oder, du hast einen Stall, richtig großes, wo sie im Prinzip drei bis vier Leute sich beschäftigen können. Und wo im Notfall in einer krank ist, die drei das abfangen, ne? Der Menschen sind halt nicht Maschinen. Die werden mal, äh, ja, mal auf dem Urlaub haben wollen, ne? Und auch ein Baum, äh, Melkroboter, das ist baum zu dick. Auch ein Melkroboter musste immer im Auge behalten, dass die immer funktionieren, ne? Wenn der mal kaputt geht, aber es nicht funktioniert, dann muss er gleich repariert werden. Denn die Kühe, die müssen jeden Tag gemolken werden, mindestens zweimal. Sonst platzt er heute. Das wird dermaßen fest und hart. Das kann fürs Tier gefährlich werden. Dann gibt's eine Entzündung und dann ist es, ja, Melkrobotionen über, ne? Also dann fällt die Klaus aus, als Melkrobot prozent. Oder schlecht. Also es ist besser, wenn die Maschinen unter Aufsteht sind und entsprechend immer repariert werden. Im Fall des Falles, ne? Ich weiß ja nicht, wie das ist. Mit, äh, zwei Maschinen haben wir eine. Keine Ahnung. Ja, trotzdem. Ohne Aufsteht geht auch nix. Hier liegen so einige hunderttausende rum hier. Wenn wir fertig sind. Da ist viel Nue. Er hat noch einen Hunderttausende rum in dieser Uhr laufen. In der Mitte kommen restaurant. gehen wir auf 12 15 hoch nach der schon mal anfangen voranzukommen im winter mit sechs tage wäre eine katastrophe gewesen wie gesagt das geht mir ganz schnell auch im sommer kann man den tag wenn man erden will auf einstellen und schon geht auch das geht wenn man mehr felder handelt seit vierterer ansonsten wir haben hier keine produktion das ist überhaupt kein problem selbst da haben wir genug zeit dann noch ein spiel ist das so viel zeit ja hier wollte schon mal richtig klein klein ventilator warme luft weg drückt hilft jetzt aktuell war sie 28 prozent die grafikkarte insgesamt 86 wird schon mal warm braucht keine heizung machen bei der lüfter von der grafikkarte beginnt dann gerade erst zu arbeiten ich meine gut wenn hd mutter gehabt hätte dann wäre sicherlich kein thema gewesen aber 4k ist ein bisschen was das ist schon ich sag mal das augenschon ne aber für fernseher würde ich nicht anschauen auf dem pc geht schon ein paar jahre muss er noch halten mit dem monitor obwohl ich ja eigentlich ein bisschen was anderes haben möchte aber es ist trotzdem zum einen zu teuer und zum anderen was mich davon abhält ist dass es garantiert beginnt gerade mit entwicklung mit hdr und das wollte ich mal abwarten was da alles kommt und wenn jetzt mehrere auf dem markt kommt und was drauf bringen dann fallen auch die preise ne also da bisschen warten meine befürchtung ist ja auch dass bei größer der monitor wird wenn sie mehr leistung er hat also früher komme ich an der grenze der grafikkarte obwohl die eigentlich top ist da kommt eher die frage näher brauchst du größeren rechner mit mehr leistung ne ja das sind eher schon sehr teuer und das muss ja nicht sein da das alles hobby ist geht es nicht von der steuer zu setzen ne ob es überhaupt gehen wird weiß ich gar nicht irgendeine zusage aber das wäre da nicht schlecht wenn er jetzt ein jahr das ok ich habe einige tausend euro für viel absetzen ne wohl muss trotzdem immer ausgehen ne und dann kriegst du ja auch noch einen bruchteil von dem wieder da so ist der auch nicht ne aber wird so viel nicht sein da glaube ich mal ist das nicht eher dass du wahrscheinlich mehr steuer zahlen müsstest dann ne wenn du das gewerbe anwenden würdest dann ist vor allem der bürokratische aufwand das ist ziemlich groß dabei aber da muss schon richtig viel bei rüber kommen ansonsten brauchst du das nicht machen dann ist das was können sind aber das ist steht dann weiter weiter ferne ich denke mal eher nicht ich persönlich glaube nicht daran dass es so viel dass es plötzlich eine exklusion geht um die zuschauerzahl hoch schießt und wahrscheinlich glaube ich nicht aber ich bin so dick du schräge dran ja und dunkel so blöd aber das war winters halte lange dunkelte wenn wir schon mal auf 8 auf 30 gehen wie sagt er morgen früh tiere wieder machen wenn es hell ist wasser haben die nun von der pumpe fährt mir gerade so ein aber was er reichte man ist auch für zwei tage aus jetzt kurz gucken wasser ist genügend also es reicht nur aus und pumpe ist wasserpumpe das heißt die pumpe von dings hier arbeitern entsprechend notfall also kein grund zur panik da ist auch gut aus wenn ich keine pumpe gehabt hätte wäre schon ein bisschen schützt dann wäre es ärgerlich wenn du jetzt wegen durst die tiere dann verrecken das muss ja nicht sein sauberter hier ich bin so froh dass ich nicht real zur arbeit muss also bei regn und draußen steht stunde fängt es an durchzunässen die beste klamotten gibt es gar nicht die vom regen abhalten und dann sind die meisten zu warm und schwitzt sie sowieso da ist nichts auch locken fallte wieder aber mit dem obermeld der trocken gott verdankt ein paar bäume hier noch so das soll es vorher gewesen sein ich mache mal eine folge genau noch zeit kein gefallene mir zu lange machen dann sage ich mal schütze und schön dank fürs reinschauen können auch mal abonnieren und leiten falls mal jetzt die macht tage kann sein und ja